Nach dem Tod seines Onkels erbt Lenny Berger das Schlosshotel in Felden am Wörthersee. Bis zu diesem Zeitpunkt unterlag die Führung des Hotels ausschließlich den Mitarbeitern, denn der Onkel führte in erster Linie ein erholsames Leben. Vor allem der eingebildete Hoteldirektor Jansen sieht es gar nicht gern, dass ihm jetzt ein anderer vorschreibt, was er zu tun hat. So sind Konflikte vorprogrammiert. Ein Schloss am Wörthersee, montags und donnerstags um 20.15 Uhr auf amix.hd-serie.